die sieben die nächste aus nun weiß ich nicht nur nicht gekocht aber es kommt nicht mehr dran a ok ok auch dass es ist eigentlich nicht schlimmer alter der ist schlimm das ist kein bisschen die festgelegt die dritte der wahl ich guck mir nichts mehr an das wird mir alles zu viel Alter wie ich hab hast du den Dreh schon raus, oder? Ach Gott wir hören danach auf, oder? ja, würde ich sagen, ne nachdem Pasi es geschafft hat ähh ja, dann halten wir zwei Stunden zusammen und jetzt haben wir ungefähr ein eine Stunde, 20 Minuten fast, oder 10 Minuten keine Ahnung wenn ich das geschafft habe, haben wir die Stunde, zwei Stunden zusammen echt, du denkst, dass du nur so wenig brauchst? nein irgendwie mit Glück werde ich das wahrscheinlich doch gleich schaffen gleich habe ich auch den Bogen raus zwischendurch habe ich es ja manchmal aber immer nur die erste dann ich war immer froh, als ich das verkackt habe, dass ich dann in die untere Ebene noch drangekommen bin an die Leiter hör auf! hör auf! du darfst nicht, du hast aufgegeben aufgeber dürfen sowas nicht hör auf! was ist das denn ausgemacht, hä? ja, wenn man... nimm den aus dem Game Mode wenn man aufgibt, dann hat man ja nichts erreicht und darf das auch nicht darf sich auch nicht hier einfach den Anderen stören man darf den Anderen nicht stören, wenn man es selber nicht geschafft hat ok, René? kommst du... ist das ok? ja ist das ok? René, ist das ok für dich? ist das ok für dich? ist das ok für dich? wieso schreibt er eigentlich hier it is possible? es ist... es ist wichtig, oder? es ist... es ist möglich es ist möglich ja, aber wieso schreibt er? das ist doch so ein Spruch wie jeder andere, oder? ja, nein, weil... weil das doch so aussieht bestimmt, dass man hier oben an die Decke knallt alter... ach ja, impossible heißt, äh... wichtig unmöglich boah, nee, ich hab ihn grad geschafft ja, nein, ich meine, das heißt impossible heißt unmöglich äh... hä, warte important heißt wichtig, genau impossible das geschafft alter ist das ne, hätt ich nie gepackt ja oh die Schilder muntern dann richtig auf, ey ist so sind nur noch 10 Sprünge, keine Panik äh... äh... oh... ich geb nicht auf ich heiß nicht René ja, okay, passi das reicht nach ner Zeit wenn du auch... ich hab das... ich hatte sie das zweite... das erste Mal gesagt, dass ich das war... ja, aber wir... wir sagst die ganze Zeit schon und dann kommst du nach 10 Minuten nach... boah, ich bin nicht wie René... hey, wenn du... wenn du aufgibst, kommst du auf diese Liste hier... das will ich nicht... die Aufgeberliste... ja, das will ich auch nicht... momentan, pass auf... irgendwann... irgendwann... ist ein der letzte Wille auch noch weggestorben... neiner ist jetzt gerade weggestorben... äh... spätestens... spätestens um 1... um 1 Uhr sag ich... mach ich nächstes Mal... wenn wir das nächste Mal aufnehmen... weiter... um 1 Uhr, wie viel... spätestens... wow, das wird ja nur 1 Stunde 20... boah, wie spätestens... ist ja nicht mehr viel, ne... besser als nach 5 Minuten... ich hab nicht nach 5 Minuten aufgegeben, also halt mal... und ich hab... ich hab gesehen, dass ich's nicht schaffen kann... also... wo ist dann der Sinn, dass ich's dann weiter versucht... Kampfgeist... ja, okay, jetzt streit, dass ich nicht lange war... das sind... mit Kampfgeist oder so zu tun, man weiß, dass man da nicht... man kann's nicht... ja, okay, jetzt versucht er nicht hier noch... super, mega, geilo... Schnitte zu machen... Schlo, sag erst mal richtige Wörter, okay... ja, super, mega, geilo Schnitz ist ein Wort... ein selbstgefundenes Wort... hat er es noch nicht in Dunen gesehen? das ist da bei UNTHS... im Nord... im Nordkoreanischen... unter S für Super oder unter S für Schnitte? super... das heißt da Super-Ober-Mega-Schnitte... Super-Mega-Ober-Geilo-Schnitte... ja, da gibt's viele Zusammensetzungen, ne... Wortkombinationen... äh... ja... aber sie macht das eigentlich Spaß... ja... ich frag mich, ob das erste Video schon hochgelaufen ist... müsste jetzt eigentlich, oder? guckst du nach? nein... kannst du aber nachgucken... will ich aber nicht... nein... guck lieber nicht nach... mach ich ja nicht... René könnte nachgucken... ja... könnte ich... nicht... theoretisch schon... theoretisch... Pasi, das noch... ich versuch das weiter... ey, der versuch das echt noch könnte... Pasi, das wird heute nicht sein, das verspreche ich dir... ich versuch... ja, heute nicht... da... werden nur noch 20 Minuten... das wird auch morgen nichts mehr... oh, doch... ich mach jetzt ein scheiß Fenster... okay... Flo, jetzt fliegt ein Pferd raus... äh... ja, das erste Video ist schon hochgeladen... Weiße, der hat noch nicht... der packt das nicht... und guckt aber trotzdem nach, ob das Video hochgeladen wird... äh... Alter, das Diamant-Ding ist riesig... genauso wie das Gold und das... Eisending... Alter... aber... zum Glück... zum Glück spielen wir auf... einfach, normal oder schwer... dann würden wir nicht noch Essen bei verlieren... ja, als Fenchermels macht man nie auf einfach... oder... kommt drauf an... ja... Fenchermels sind ja nicht nur springen... ja... ja... wir spielen aber auch nicht auf Peaceful... doch... doch... mein Leben regeneriert sich aber nicht... dann bist du dumm... wie viele Leben hast du dann? jetzt momentan habe ich keine Arbeit... wenn ich aus dem Game-Od rausgehe... dann habe ich... warte... ach... geh weg... du kannst mir diesen Sprung nochmal zeigen... ja... ich... warte... verlieren... nur essen... ja... es geht... geh auf die Fenster... oh... Mist... ich mach das so... ich weiß nicht... was das jetzt für ein Trick... äh... ich versteh's nicht... ich versteh's nicht... ich versteh's nicht... es liegt mir einfach kann man sagen... level 30... ich mach so und dann bin ich... hey... hier steht ein Tipp... level 30... sneak exactly when you touch the ladder... ja... man soll... äh... Schiff drücken... wenn man an der Leiter ist... damit man dranhängt... es hilft mir jetzt aber auch nicht... wenn ihr die ganze Zeit vor meiner Nase steht... ja... man soll genau... man soll genau Schiff drücken... genau... ich drücke einfach Schiff... wenn ich denke... dass ich an der Leiter bin... Alter... die nächste Challenge... ah... du drückst Schiff dabei... wie... ich hab noch nicht... ich hab nicht einmal dabei Schiff gedrückt... naja... ich halte mich an die Leiter mit Schiff fest... sag das doch... ja... ich dachte das wäre... ziemlich logisch... ich mach das nie... jetzt macht Passi einen auf... echt jetzt... guck mal was passiert jetzt gerade anziehen... Alter... nein... Scheiße... Passi... die haben wir schon sonst gewartet... ja... echt... scheiße... ja... jetzt will ich mal schauen... ob ich selber schaffen könnte... ich... 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 bestimmt nicht... mach dir das erst Passi zu Ende... genau... versuch da unten... ne... was Passi zu Ende machen... ernsthaft Passi... ich hab nicht einmal auf Schiff gedrückt... man drückt immer Schiff... wenn man sich an Leiter festhalten will... nein... oh Gott... ich... also ich schon zumindest... ich nie... ach komm... letzter Sprung... jetzt ganz runterfall... nein... oh Gott Passi... was echt... du hast nur nicht Schiff gedrückt... nie... ich drücke immer Schiff... wenn ich mich an einer Leiter festhalte... du René? da fahren wir jetzt so lange... ach komm... du drückst du auch... René drückst du auch immer Schiff an einer Leiter... auf jeden... ja... das ist... ach komm... wieso schau ich denn den einladen... haha... wirst du vielleicht doch aufgeben... warte... wirst du vielleicht doch aufgeben... nein... ja... beim letzten Sprung... da will ich nicht aufgeben... ach komm... jetzt kommen wir schon mal aus dem Game-Ot-Game-Flo... ja stimmt... ja... meine Fresse... ui... wer macht... wenn ich dachte... das wäre selbstverständlich... das wäre ein Schiff... komm wir machen weiter... nein... komm komm wir machen weiter... lass sie eine noch anzocken... anzocken... ja komm... checkpoint... so wahnsinnig... geht's los... äh... noch hier... fail... muss man nicht wissen... wenn es los geht... eh... Schiff drücken... hey... eh... vielleicht eher noch... alle Mensch... irgendwie schon... ach... wir kommt noch Schiff... ach Gott... das wird so eine Scheiß-Challenge... dann muss man wieder Schiff drücken... passiert gleich... ganz unterfallen... und ich war schon weiter wie du... ich bin schon ganz runtergefallen... schafft... komplett... ja... hier ist der Checkpoint der Nächste... ist auch keine besonders schwere Challenge... ganz ehrlich... die war echt nicht schwer also... ach so warte... ich mach mal Tag... jo... fällt mir mal so auf... ähm... alter... ähm... das ist echt... das ist echt keine Schwerelei... nee... das ist echt nicht schwer... guck... du musst hier auch Schiff drücken... wenn du hier dran springst... wow... siehst du... okay... jetzt ist alles nur noch Formsache... hier musst du auch wieder eine Leitern Schiff drücken... es ist normal ne... das macht man immer... ja... außer Passiv... das ist ja dumm dafür... guck jetzt René... das ist doch einfach... ich komme gegen Schiff... wir haben uns voll angestellt Flo... wie als mal so... ist so... boah... guck sie die Springer an ey... wie als mal so... boah kacke... das schaffen wir nie... okay... dann äh... nächste Challenge ne... warte... ich muss kurz singen... leu... leu... boah... ich hab das Standbild... aber echt ey... wie erst mal so boi... das wird so schwer... oh... Mist... ich dachte... man muss springen um... auf den... hast du... hä... ach hier muss man drauf... okay... keine Ahnung... was jetzt... keine Ahnung... was jetzt so schwer an den Hardstecks sein soll... ich weiß nicht... bei mir hüpft er irgendwie immer... doppelt und dreifach... wenn ich da drauf bin... ey... da kommt immer das... jetzt... was... da kommt immer wieder dasselbe... wie... mit einmal durch... wow... war das schwer... guck mal... jetzt ist die Motivation wieder ein bisschen angehoben... weil wir es... weil wir wieder was geschafft haben... Flo... das war jetzt echt keine Herausforderung... die letzten beiden Challenges... ja... das ist so ne Pussykacke... nein... okay... fuck... ich bin... ich bin voll scheiße... das ist so... das ist so Pussy... Passiert... nicht weiter... nicht weiter springen... nein... ich hab... ich dachte... hier geht's runter ins Wasser oder so... aber hier... ey komm... du hast die Challenge... vorne gepackt... die Ultraschwer war... für mich... und ich hab sie auch geschafft... ja... ich muss mich jetzt nur ein bisschen... weil ihr Schiff... weil du Schiff gedrückt hast ey... meine... ich drück immer Schiff... ich wär nie darauf gekommen... ich schwör... ich wär nie darauf gekommen... auf Schiff zu drücken... Alter... bloß das dein Ernst... der ist nicht gesprungen... was soll ich machen... ich kann nicht... oh Gott... ich kann nicht auf die Tastatur an... als wär das... Scheiße... hey... als wär das ein Stück... oh man... ich stell dich mal... ey... hier in der Ecke kann man alles sehen ey... well... well... fail... zu oft... zu oft versprungen... ja ich bin gleich wieder da... ja... verziehen dich... jo... alter... das aber... ja... jo... too easy... too easy... ist so... vorher so eine Krille... und jetzt... ja... 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 das ist ziemlich einfach... eigentlich... also... ich weiß... wenn man sich schlau anstellt... dann ist das ziemlich... da braucht man sich nicht mal schlau anstellt... easy peasy lemon squeezy... das ist eigentlich wie ganz normale Blöcke... eigentlich nur... so dass da Bruttheit kein Teil mehr ist... ja... du meinst da drüber... und ab und zu auch da drunter... also immer fest... sauber... passt gut auf... denn das sind die neuesten... Moves... also die Challenge... Fell... Mann... nicht nur... ich fälle... ich fälle nur... jetzt aber... das wird jetzt mein Lauf... nicht... sondern den Nächsten...